Lieber Bilar, mein Name ist Emanuel von Zenstern, ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Das ist die allgemeine Monatsprognose für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. des Monats hast du Merkur-Konjunktion Pluto in Steinbock. Ein wichtiger Termin steht bei den meisten Wiedern an. Möglicherweise muss man eine ernsthafte Angelegenheit regeln. Diese kann mit dem Themen Chef, Behörde, Bildung oder Vater verbunden sein. Du wirst dir große Gedanken um deine Ziele machen. Wahrscheinlich musst du die Einzelheiten einer Sache oder Situation tiefgründig mit jemandem besprechen. Am 6. des Monats ist Mars in Stia eingetreten. Bis 3. März könntest du versuchen, innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft aufgenommen zu werden oder Anerkennung zu erhalten. Wenn dies nicht zutrifft, dann wirst du dich bald mit Themen wie zum Beispiel Versicherung, Geld und Besitz beschäftigen. Denn finanzielle Angelegenheiten sind nicht gut beeinflusst. Es empfiehlt sich, besonders vorsichtig bei Geldinvestitionen zu sein. Am 8. des Monats hast du Merkur in Wassermann eingetreten. Das heißt, bis 15. März wirst du alle deine Kräfte für eine wichtige Veränderung in deinem Leben einsetzen. Wahrscheinlich wirst du ein Verhältnis beenden oder Alternativen suchen, die dir helfen, deinem Leben freier und mit weniger Ballast zu gestalten. Am 9. des Monats hast du Merkur Quadrat Mars. Bis 15. Januar hast du sehr viel zu tun. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du angespannt und nervös bist. Anstatt unruhig zu werden, solltest du die Konzentration behalten und die Dinge sein lassen, mein lieber Vida. Wir haben dann zwischen 10. und 11. des Monats Merkur, Konjunktion Saturn und Jupiter in Wassermann. Du dürftest bald eine wichtige Entscheidung treffen, die sich auf dein zukünftiges Berufsleben auswirken wird. Die zwischenmenschliche Kommunikation kann gestoppt oder unterbrochen werden. Am 12. des Monats ist Merkur im Quadrat zu Uranus. Dieser Aspekt führt zu einer inneren Unruhe, welche zu einer Konzentrationsstörung führen kann. Häufige Arbeitsunterbrechungen und Multitasking können deinen Alltag einprägen. Am 13. Januar haben wir Mars Quadrat Saturn. Bis Anfang Februar strengst du dich an, um ein wichtiges Ziel zu erreichen oder eine ernsthafte Angelegenheit zu regeln. Es kann sein, dass dir eine langhaltende Motivation fällt oder dass etwas dazwischen kommt, was eine Sache verhindert oder verzögert. Am 13. haben wir einen neuen Mond in Steinbock. Vielleicht musst du eine Angelegenheit mit einem Chef, Vorgesetzter oder Behörde klären. Bis Mitte Februar dürftest du dich neu organisieren, um deinen eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden und um auf das, was von außen auf dich zukommt, entsprechend zu reagieren. Am 14. haben wir Venus, Trigon und Uranus. Dein Glück in Geldsachen hängt von der Fähigkeit ab, dich selbstständiger zu entfalten und offen für Alternativen zu sein. Auch am 14. hast du Uranus direkt in Stia. Bis August 2021 könntest du dir große Gedanken um deine finanzielle Zukunft machen. Themen wie zum Beispiel Geldinvestition und Familie stehen mit Abbrüchen und Wendungen in Verbindung. Zwischen 15. und 17. haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Wenn du in einem großen Konzern mit mehreren Menschen zusammen arbeitest, dann wird sich im Laufe des Jahres viel Neues innerhalb des Konzerns ergeben. Zwischen 18. und 20. des Monats hast du Mars-Konjunktion Uranus in Stia. An diesen Tagen findest du die nötige Motivation, dich für deine eigenen Interessen einzusetzen. Danach, zwischen 21. und 24. Januar, bilden Sonne und Saturn eine Konjunktion. Du könntest mehr Verantwortung für andere Menschen übernehmen und zuständig für das Organisatorische sein. Zwischen 25. und 27. bilden Sonne und Uranus einen Quadrat. Dein Freiheitsbedürfnis und Selbstverwirklichungstrang werden stärker an diesen Tagen sein. Und du wirst deinen inneren Reichtum immer mehr entwickeln können und auch zeigen können. Am 28. hast du einen Vollmond in Löwe. Ein wichtiger Termin steht am Monatsende fest. Am 29. hast du Sonne-Konjunktion Jupiter in Wassermann. Wahrscheinlich sollte man mit einer Routine abbrechen und sich den Freiraum nehmen, den man braucht. Falls zutreffend, mein lieber WIDAR, werden Bildungsangelegenheiten erfolgreich gemeistert. Und dann am 30. des Monats ist Merkur rückläufig in Wassermann. Bis Anfang März könnte sich ein Altar Bekannter bei dir wieder melden. Mein lieber WIDAR, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Falls du eine individuelle Prognose für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne jederzeit eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir einen erfolgreichen Start in das neue Jahr. Ich wünsche dir viel Gesundheit, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir viel Gesundheit, alles Gute und bis zum nächsten Mal.